Jetzt hat es mit dem nächsten Rang aus. Oh, nur weit entfernt. Ne. Ist doch alles scheiße. Ah, Geld, Geld. Warum habe ich das nicht aufgesammelt? Ach, apropos. Naja. War eine teure Money für 3 Dollar. So. Ach, was würde ich mir jetzt geben, die Lilis zu sein? In ihrem Facebook-Modus. Da kann man wenigstens schnell laufen. Ne, macht's fitz. Diese Typen sind komplett durchgeknallt. Aber sie schaden nur sich selbst in diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Die Entschlammung steht kurz bevor, Fackel. Aber der Fireheart hat im Traum zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, hab ich nicht. Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Okay. Ich will die Flamme sehen. Ich will ein sein mit dem Firehawk. Hm. Jo. Schnell weg. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Na ja, ein bisserl besser. Gesundheitsregenkarnation ist zwar dasselbe, aber... Scheiß drauf. Na ja, ich will jetzt ein bisserl mehr Gesundheit. Dr. Z. Achso. Gut. Können wir doch gleich schnell reißen. Oh, schon wieder 90 Minuten am Zocken. Papyrus scharf schützen, greifen über große Distanzen an, gehen heran und mach sie fertig. Das gleiche gilt für deine Mutter. Aber Mutter, da Bumba, dumm, dumm. Schieß sich jedes Arschloch um. Wow. Vergiss euch, euch zu wehren. Ihr werdet sowieso sterben. Boah, das ist so ein Headshot, ha? Okay, ne. Okay. Gut, ne. Fadenkreuz, baby. Verkreuzen. Jo. Ranzoomen. 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 Oh. Das schau ich mir mal genauer an. Los geht's. Fah. 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 Du mein neues Fleischfahrer. Meine Haut ist langsam alt. Bethlehem. Nein, das ist du. Es wird dir gefallen. Ach, ich habe Pause, gut. Ist eigentlich hier die Konferenz-Call. Oh, die wäre jetzt cool, die Konferenz-Call. Alles, Schrott, Schrott, Schrott. Hui. Oh. Ich hätte schon gedacht, ich bleibe jetzt da an dem Ding da hängen. Wo bist du? Ach. Jo. Dann ballern wir uns mal an dem Weg da durch. Na, wenn ihr jetzt rumwackeln würdet, so Depp. Oh. Oh. Habe ich gerade zwei getroffen? Nee. Ja. Da freut sich wenigstens, wie egal, kleine Zeiten. Oh, du hältst sogar noch was aus. Bleib mir stehen, du Arsch. Oh. Jetzt kann ich. Oh, da fällst du mir jetzt einfach schnell durch. Ach, ich habe jetzt keine Lust. Lang irgendwo auch. Ja, Typen machen nicht einmal. Ach, da gibt es ja nicht so einen Punkt, ey. Ja, dann mache ich es ja gleich so. Ich laufe durch und alles, was im Weg ist... ...wird abgemetzelt. Da kommen wir keine Punkte für. Das wird ein heißes Maß, Shotti. Ja. Ja. Aufgepasst. Badass. Ich mach mich unsichtbar. Ja. Komm her. Bleib da. Ich stehe ja brav. Ist mir voll hängen geblieben. Jetzt sind wir hier bei Grong's Minecraft. Boah. Ich kann mir irgendwie hier abkürzen oder so. Okay, gut. Einfach nur schnell durch. Ja, du nämlich. Du bist das Opfer. Ich glaube ja, du bist büßen. Aber was soll's. Ja, genau. Käpt'n Flint machen wir auch noch fix platt. Herzlich willkommen, Kunde. Keine Gewährleistung. Nichts geht immer einen guten Berg auf. Habe ich irgendwas dabei, was er verkaufen kann? Das behalte ich. Genau. Genau. Ich werde den Trägel! Wo hieß er denn, der nächste Hundling? Ach, da versteckt er sich. Bleib stehen. Nein. Ist er jetzt da dringend gestorben, oder was? Flinty Baby? Ach, da auch. Nö. Schmeiß weg den Dreck. Also echt, wenn diese Typen sich partout gegenseitig abfackeln wollen, dann kann uns das doch eigentlich egal sein. Ich meine, ist doch wahr. Ja. Ja. Ja, mal gucken, ob wir da noch was finden von dem Viech. Ja, hey, warum seid ihr jetzt nie wieder da? Stirb. Auch wenn ihr nicht gestorben bist. Und stirb. Und stirb. Stirb. Weil du ein Opfer bist. Wo ist denn runtergefallen, wenn dann? Ah ja, okay. Von Matchstick wird zu Flamestick wird zu Stickstick. Komische Sperre haben wir gar nicht wegetan. Wo ist das denn offen? Vielen Dank.